So, Mikro an. Ah, nee, der wohnt so weit weg. Was heißt, der wohnt so weit weg? Unwahrscheinlich. So, jetzt spielen wir uns mal warm hier, ne? Ja, musst du, ich muss du meins jetzt auch gerade bei dir sitzen. Ich glaube, das wird dann nur für einen Tag oder so vielleicht gespeichert. Ich weiß es nicht. Nee, nee, für deine eigene Channel ist das offen, aber für die anderen Channels irgendwie nicht. Das ist cool. Okay, okay, ähm, du hast auch dran, du hast gerade den Haken gesetzt, hast dran gedacht. Ja, ja. Ähm, was hatte ich noch? Ja, irgendwie quatschen später nochmal. Ja, ja, genau. Aber nicht für eure Wohnung, ne? Ja, ja, aber, äh, Balkon. Nee, das wollte ich gerade sagen, Balkon wird die wahrscheinlich schon haben. Ja, ja. Ey, ich habe einen neuen Waffenschein. Äh. Und zwar, äh, muss ich jetzt selber gucken. Äh, ich habe so viele Waffen inzwischen mit den, äh, Pio freigespielt, das ist eklig, ne? Dann habe ich versucht, ah, genau, M12S, habe ich den Waffenschein jetzt. So, privat, ähm, Privat-Sphäre umgeschaltet. Ja, ich komme jetzt auch mal, oh, die Gegner sind, die Gegner waren am Führen. Oh, das sind aber ganz schön wenige hier. Okay, ich glaube, ich muss mal gleich was mitnehmen, was Pumms macht. Ja, ich bin gerade am Modifizieren. Okay, weil wir liegen gerade zu rück, Markus. Ja, Sekunde, Sekunde, ich bin gerade am Basteln. Okay, hier oben hängen die schon. Oh, ich wollte gerade bei dir spawnen. Ich wollte gerade bei dir spawnen. Okay, jetzt wurde ich schon mit der Waffe umgehauen. Okay, dann weiß ich schon, was ich mitnehmen werde. Ich wollte heute den Mammutgun mir holen, ne? Ja. Endlich war ein Server da. Ich habe den ersten Schädel schon eingesammelt, aber weißt du, was dein Dreck ist? Nein. Pro Spiel wird nur ein Schädel verteilt. Oh, fuck. Äh, pro Spiel wird nur eine Waffe verteilt. Also, wenn du am Anfang die Waffe nicht bekommst, Arschkarte. Und dann, äh, t-backen die wie bescheuert, ne? Wie, hatte jemand die Waffe weggeschnappt? Ja, ja, hat mir einer voll im Ausweg geschnappt. Fuck, jetzt wurde ich getasert, oh. Oh, scheiße, wo ist deine Leiche? Ich liege hier oben, da ist aber noch einer, Marco, es ist noch einer. Ah, ja. Warum sehe ich jetzt meinen Channel nicht über, mit der Twitch-App? Ah, den Fehler hatte ich doch letztens auch. Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen Geld reinholen hier. Schickige Spielekanäle. Ähm, okay, hier ist eine Spawnbarke. Ist das Suchen? Nein. Ich möchte nicht früsten. Also, gegenüber... Ich bin sofort. Gegenüber in dem Haus, oben drinne, war eine Spawnbarke. Nein, scheiße, was ist denn hier los? Marco, so muss man spawnen. Wir brauchen hier Unterstützung. Ja, sofort. Irgendwie geht das hier gerade nicht. Oder wir suchen uns mal ein Team, kurz. Ne, privates Squad. Komm mal ins Bravo Squad. Ähm. Ja, ich komme sofort. Wie gesagt, ich gebe mir eine Minute. Okay, warte. Ich finde mein Channel nicht, ne, das für Rücktapen. Entweder finde ich den wirklich einfach nicht, oder ich bin... Zocken mit Falki, ja. Warum für... Hä, die sind alle Privates Squad. Ach, egal. Scheiß drauf. Ich finde mein Channel nicht, ne. Das ist bescheuert. Ah, egal. Egal, egal. Okay. Dann kann ich heute keine Anfragen beantworten. Leider, leider. Welcher Squad bist du? Ja, jetzt ein Bravo Squad. Alles klar. Ich muss jetzt wieder rausgehen. Ich war ja gestern in den neuen Captain America-Filmen, ne. Der Hammer, Maurice. Ehrlich, ey. Der ist der Hammer. Ich finde ihn besser als den Star Wars-Film sogar. Also, äh. Wahnsinnig positiv überrascht. Okay, der ist nervös. Der gar nichts. Der ist neu. Spider-Man, super geil. Äh. Stan Lee, der Zeichner, ne. Am Ende wieder einen geilen Joker gerissen. Okay. Äh. Also. Und dir gefehlt der Film, ja. Wahnsinn, wahnsinnig. Also. Hammer. Hammerhart. Also, nicht umsonst geile Kritiken bekommen der Film, ne. Ich hab sie noch nicht... Nicht gesehen. Aber... Man muss aber auch... Man muss auch wirklich Action-Fan sein. Und vor allem Superhelden-Fan auch sein, ne. Und, äh. Es passt einfach alles zu ihm. Also, die ganzen zwölf Filme oder was inzwischen schon rausgekommen sind, ne. Die harmonieren perfekt miteinander ab. Okay. Ah ja, ich muss mir vielleicht nochmal irgendwann anschauen, ne. Oder spätestens, wenn der eh auf Google rauskommt. Oh, fuck. Ja, werd ich mir auch holen, auf jeden Fall. Also, ich war, äh, 17 Uhr gegen die Vorstellung, ne. Ja. Und um halb neun war ich zu Hause. Ach, mein Flatrate ist übrigens abgelaufen, ey. Ich muss mir, äh, demnächst eine neue Handykarte holen. Ich hab irgendwo versucht, die ganze Zeit, ähm, free WLAN-Spot zu finden. Aber du musst dich überall immer anmelden. Ja, aber jetzt zu Hause hast du WLAN gerade, ne. Ja. Ja, ja, ich will jetzt zu Hause immer. Uh. Okay. Ich hab ein EA-Abzeichen neues bekommen, was ich noch nicht hatte. Wie, was hast du eigentlich gemessert? Ja, Mann. Ich hab noch keinen mit einem EA-Abzeichen gemessert. Okay. Ja, ich messer ja wahnsinnig gerne, ne. Ich bin so ein Dämon. Dum, 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 dum. Ich staubere den. Ja, es ist erstmal hier wieder reingekommen. Erstmal wieder warm werden. Vielleicht kommen wir nachher noch ein paar. Ja, ich komme auch nur drei Münzen. Ah, der Taser hat ja immer noch da rumgekommen. Wie voll ist das Server denn eigentlich? Ah, nicht mehr so voll. Okay, ne. Ich bin gleich da. So, das haben wir jetzt schnell wieder. Ach komm. Was ist denn hier los heute bei mir? Ah, was ist das denn? Geht gar nicht gut los. Ja, wie gesagt, die erste Runde immer warm up, ne. Immer breit. Ah. Ich triff gar nix. Nein, es muss direkt am Anfang flutschen. Es muss direkt... Zack. He to the jobber. Ja, es muss direkt alles hier. Ich wurde gemessert. Oh fuck. Eieieieie, ich wollte dich gemessern. Den hätte ich auch gerne gemessert. Aber ich werde gerade verstecken. Ich werde nicht verstecken. Da war er. Ach ja, ich habe das Schild. Now you fucked! Aber trotzdem, wenn wir noch ein bisschen raushauen können. Aber kann das sein, dass die Gegner voll sind? Äh, mehr sind? Jaaah, nee, aber... Das nicht. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, bei uns schwirren irgendwie nur drei, vier Leute rum. Ja, der selber ist nicht so voll. Das wird sich aber hoffentlich bald legen. Oh, schon, wie viel Dollar auf? Ach, neun gegen neun, ja. Ich sehe es. Aber zum Warmflirmen ist das jetzt mal kein Problem. Ja, ja. Das sind zwei Squads, das ist okay. Aber wie gesagt, mit der Mammutgun hat mich echt geärgert, ey. Ich habe gerade erst drei Schädel eingesammelt, aber trotzdem ist das ärgerlich. Also die Hälfte habe ich schon eingesammelt. Bin dann schon da hingegangen, weil ich ja schon gehört habe, okay, da ist noch einer, der die Mammuts einsammelt. Ah, blöd gespawnt. Und dann war einer und hat die ganze Zeit rumgetebackt und habe ich mir gedacht, du Spast, die hast garantiert die Mammutgun bekommen. Bald Eagle, okay. Lass mal ins Delta Squad gehen. Ah, scheiße, Squad wollte ich wechseln. Ja, okay, genau. Dann soll er mal ein Gefühl geben, dann können wir gehen los. Okay, weil da kamen jetzt gerade noch ein paar Leute. Ja, ich merke jetzt, langsam muss man mehr, ne? Zwölf gegen 13, okay. Langsam begegnet man aber auch jemanden hier. Warte mal, welches Spot? Fuck, Delta, Delta. Okay, jetzt ist es voll. Ja, dann gehe ich in den Schnitt. Deswegen. Weißt du, bevor ich hier fasse ich mit ganzem Reinkomme. Oh, egal. Geht ihr nur um die, um die Stormwind-Flatten? Ja. Oder weniger? Ja, klar. Was mit Flo, Jojo und, ähm... Den Rest der Bande? Eddie. Ich weiß nicht. Wo? Ich brauche mir da eine Kaste. Keine Ahnung, bitte. Brauchst du? Ich weiß das gerade auch. Andere Kaste. Macht mir gerade keine Spass. Keine Spass. Keine Spass. Ja, ja, ja. Oh, fuck. Das lebt noch wirklich was, oder? Ja, ja, ich sehe es gerade. Von der Staubenstraße lebt noch einer. Ja. Ah, down. Alles klar. Ich habe schon gedacht, dass der... Eieiei. Eieiei. Überlebens-Kit hat mich einer mit einem Granat gekillt, aber wegen dem Überlebens-Kit, äh, bin ich wieder aufgestanden. Boah, fuck. Die hängen da alle in diesem Charbo, oder ne? Ja, da oben, ey. Hast du befehlen? Bitte? Bist du Squadleader? Bin ich noch nicht, ne. Würde gerne. Aiden. Ach, einen Winning-Team-Joyner haben wir. Der Aiden, okay. Was? Der war nämlich gerade bei uns im Squad. Aiden. XD. Wo haben wir den? Das ist ein Winning-Team-Joyner, das ist für den Gegnern gewechselt. So, den Winning-Team, die Gegner. Na, schön doch, eindeutig. Ach, ne, wir! Wir haben doch aufgeholt. Eindeutig. Es läuft da einer als rum und versucht zu messern. Aber nicht dank mir. Nicht dank mir. Ich habe auch gerade, ich komme gerade auch ganz schlecht an einem Warm-Up rein. Okay. Ich habe das Gesicht gespürzt. Aaaaaah! Bitte! Fuckin! Nein, jetzt würde ich ihn messern! Fuck! Hast du die anderen alle in WhatsApp drinne, oder was? Auch, auch. Ja, eigentlich jeden. Warum? Willst du euch mal, soll ich mal rundrufen? Achtung, Achtung! Ja, ja, wir müssen mal eine WhatsApp-Gruppe machen. Ja! War dann nicht mal verkehrt. Ich sag nur, äh, das hält sich nicht lang. Das ist dann eine Woche, ist da was los, und dann, na, schreibt da eh keiner mehr. Ah, so wie bei Trämer. Ja, das ist ja immer so. Weil du nie wirklich ne, so ne 100% Gruppe auf dem Krebs, wo du, also alle Leute, äh, miteinander können. Also das Gefühl, wenn du zu viele drin hast, ne? Ja, 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 ich weiß nicht, was war's, ja. Deswegen, weiß ich jetzt nicht, was du zufällig bist. Was sagst du, äh, erlässt ne Gruppe, weil es schön, ja? Ja, auch nicht. Das bringt ja auch irgendwann mal nichts, weil... Das ist zu wenig dann, ne, wiederum. Ja, nee, ich glaube immer, da ist immer so eine Woche oder so, ist da mal so die Aufmerksamkeit für die Gruppe recht hoch, ne? Dass man da auch liest, was da geschrieben wird, und dann nimmt das aber rapide ab, dann geht das hier irgendwann. Dann liest das eh keiner mehr oder so, weiß nicht mehr. Naja, das ist bei mir in der Cluster da auch. Ah. Wir haben halt nur einen Idioten, der nur einfach nur schreit, äh, schreit, äh, schreit, äh, schreit. Ja, manchmal ist das auch mit solchen Leuten, die dann die Gruppen kaputt machen, weil die dann immer ganz viele komische Sachen da machen. Der schreibt, ganz genau, ey, der schreibt auf einmal, äh, Nein, nein, tut mir leid, was hast du mir da angetan, Britney Spears? Also, ich weiß gar nicht aus, was für den Zusammenhang, äh, der das rausgezogen hat. Also, wirklich schon ein bisschen psycho, der Typ. Äh, wirklich. Ich könnte kotzen, ich möchte... Wieso sehe ich nicht meinen, meinen Channel? Ich schreibe die Leute nochmal direkt an. Wer macht das? Kanal Feed. Was ist der Kanal Feed? Keine Ahnung, Beta. Was will er mir damit sagen? Oh ja, oh ja, oh ja. Ähm, komm. Stakeout, brauche ich noch ein paar Kills. Lieber 5, 12. Wer ist hier? Mann, wer soll mal hier machen? Los. Ja, 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 ja. Ich finde meinen eigenen Kanal nicht, ne? Er ist total bescheuert. Rägt mich grad ein bisschen auf. Boah, fuck, was? Wünschst du mich? In meinen eigenen Kanal. Wünschst du nicht? Kannst du aber einfach auf deinen Kanal gehen. In deinem Befehl. Und... Fuck. Ja, da wird es mir grad nicht angezeigt. Das ist es ja. Mhm. Ach, wir sind jetzt vor meiner Nase rum. Du Spaß die, ey. Ich? Dem Scott. Dem Scott, ey. Nicht du. Der ist bei mir gespawnt. Und dann tanzte er vor meiner Nase rum. Und ich kippt habe den Gegner. Oh, fuck. Hier an der... Okay, ich muss mal sagen, was ich mit dem Schrot finde. Es wird nicht... Ja, ja, ich muss grad auch... Ich muss auch grad basteln. Welche möchte ich denn haben? Welche möchte ich spielen? Ich bin mal... Mach, du hast überfordert. Ja, wie immer... Boah, da ist einer am Echt... Am Geld hier. Am Echt Geld? Ja, am Echt Geld. Tatsache, oh mein Gott, eigentlich... Sonnenkanade nehmen. Okay, also, wie machen wir das? Wir haben ein kleines Problem. Ich hab... Ähm... Aber ich nehme jetzt, äh... M16 A3. Ich brauche jetzt etwas Bums. Ich habe meine Waffe. Ja, ich sorg mal hier für... Gewisse Flexibilität. Oh, guck mal, die haben von 30 Dollar. Ja, aber anscheinend wird geklaut. 29, oder? Ey, wird nicht geklaut. Ich klaue jetzt, ja. Ich bin auch der Einzige. Ich mach, ich mach ja gerade, äh... Ich snacke gerade in der Mitte. Wie Michelle so schön sagen würde. Ah, okay, das war klar. Okay, aber ich... Volle Tasche. Darum ging's mir jetzt auch. So, die sind jetzt... Ja, ja, ja. Wenn die am Anfang Vorteil haben, dann immer stören. So, dass das... ...ein... ...sich einpägt. Ja. Oh, unsere Scheiben sind noch alle unberührt, oder was? Ich muss erst die Geld wegbringen. Wunderfuck. Äh. Lalalalalalalala. Einer kommt bei uns. Einer bei uns. Ja, frag ich, was die anderen alle machen. Ja, die warten bei uns und fangen uns ab. Na, sauber. Sehr schön. Na, schön. Boah, drei Stück. Da haben wir den Geld aufgemacht. Okay. Also von den Gegnern jetzt. Okay. Ja, ja, ja. Aber die sind tot jetzt. Gott sei Dank. Hm. Das wird ein bisschen. Bisschen, bisschen, bisschen. Ah. Also, die Gegner sind nicht gut, ne? Ne, ne. Das Problem ist, unsere Mannschaft ist noch schlechter. Ne, ne. Ne, ja. Es geht. Es geht. Also, ich hab gerade eine hoffene Hoffnung. Ich hab gerade eine Hoffnung verloren, wenn ich ganz ehrlich bin. Fuck. Oh, der eine hat schon... Ah. Ich weiß gar nicht, warum es so trocken heute. Tja, hätte ich mal noch falsch verstehen können. Hahaha. Komm schon. Stirb. Oh, 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 oh. Ich bin da runtergestiegen. Fuck mich auch. Oh, fuck. Oh, war aber knapp. Das war knapp. Oh, ich hab mir die Pack. Warte mal, mach mal. Ja, rin, 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 rin. Okay. Bitte? Okay, hier unten sind noch welche gegenüber in der Schalterhalle. Ja. Und hier ist irgendeine gemessert. Ist dir einen gemessert? Äh. In der Mitte sind wir, okay. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh. Scheiße, ey. Alle in der Mitte tot. Jetzt sind die bei unserem Geld? Scheiße. Ich bin gerade in der Mitte. Ich glaube zu unserem Geld. Na, wir machen gerade sehr, sehr viele Punkte gut. Mein Gott, wieso hörst du denn auf einmal aufzusnicken? Der Gegner hatte so viel Ausfall und auskriegt. Nein, was? Achso, das war meins. Ich hab gar nicht dran gedacht. Ich so, hä? Fuck. Alone, alone. Hä, wieso bin ich der Squad Leader? Markus! Ey, ich hab gar keinen Befehl angefordert. Ja, ich hab ihn angefordert und ich kriege ihn nicht. Ja, warte mal, ich versuche immer den loszuwerden, den Befehl. Geht mir das loszuwerden, hm? Normalerweise, wenn du öfters mal markierst. Ja. Ja, ist weg. Und der Typ ist anscheinend gerage-critet? Ja, kann sehr gut sein. Vielleicht hast du ihn abgelöst. Weil er einfach nicht so gut rief. Das geht nämlich auch grad. Wow, volle Tasche und alles wegehauen. Oh fuck, ich brenne. Hier liegt ein bisschen Geld glaub ich nicht. Was sind wir noch nicht? Ne, du hast noch unsere Base, du hast noch unser Tresor. Ah, ja, ich seh's, ich seh's. Was? Ist es weg? Ne, ne, oder? Ne, der blinkt noch. Ey, jedes Mal normalerweise verschwindet der, wenn du so oft woanders markierst. Aber jetzt gar nicht. Weiß auch nicht. Ganz gut. Du, tut mir leid, Mobius. Noch nix. Ja, wenn nachher weg ist, dann kannst du versuchen zu Grund unternehmen. Los, Markus, lauf. Lauf, Markus. Oh, oh. Halle. Ja, bei uns am Geld. Einer da markiert. Fuck. Auf der, auf der Straße vorne. Oh fuck. Von unserer Seite aus. Äh, bei den Säulen da. Ja. Ja. Hoppi, hoppi, hoppi. Warte, da ist noch einer am Geld, da ist noch einer am Geld. Warte, da ist noch einer am Geld. Oh, da ist noch einer. Hat er mir nen Kopf gegeben. Ja, das hab ich gesehen. Äh, ich hab gedacht, das sind zwei jetzt. Das sind zwei. Ja, schnell, hier lieben wir das Geld auf. Geben wir das Geld auf. Ja, da liegt 30 Dollar. Kabin. Da ist aber noch einer da drin. Ja, ja, ich spawn bei dir. Hab ihn. Hä? Wo ist das ganze Restgeld hinten? Da war noch mehr, oder? Ein schlagt da 30 Dollar ungefähr. Hm. Um mich. Mindestens. Um mich. Um mich. Um mich. So, jetzt kann ich den Befehl anfordern. Ach ne, der ist jetzt wieder bei uns auf der Homebikes. Ah, ja, 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 ja. Wenn er verschwindet, wie gesagt, dann. Wirklich nicht. Aber bis jetzt will er nicht verschwinden. Ich weiß nicht, warum ich mal hier die ganze Zeit gegen die Decke. Ich weiß nicht, warum ich mal hier die ganze Zeit gegen die Decke. Wie ist das Gott? Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien das jetzt auswählen wird. Doppelt auswählen geht auch nicht. Aber ich muss, ich muss auch dabei zu sagen, das ist das erste Mal, dass ich versuche, kein Befehl zu geben. Normal kriegt man das ständig, dass dann auf einmal der Befehl weg ist, ne? Ganz genau. Oh, oh. Oh, ich habe ja das Ding noch dabei. Oh, die sind wieder bei uns in der Straße, ich glaube, die wollen uns wieder abfangen. Okay. Eben war hier noch einer. Oh, fuck. Ja, hinter dir. Hinter dir. Ja, und vorne auch. Und der hat sich umgedreht mit seinem Schild auf. Der ist hier noch an der Säule. Ja, genau. Oh, Mann. Kippe. 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 Ja, ja. Ich habe Kippe in der Hand. La, 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 la. La, 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 la. Wir fangen wieder an zu... singen. Ja, wir fangen gerade ein bisschen an, wie wir zu schwächeln, Maurice. Ne, die Huhnen gerade, also die Huhnen gerade bei den Gegner geht. Ich habe hier schon welche gesehen. Ja, Bein. Ich habe mich gerecht. Ja, ich habe, glaube ich, auch mein Geld wieder. Weil die Geld. Ja, das ist mein Geld. Alter, ein Stone. Einer Stone von uns. Da ist noch was am... Da ist drinnen. Fuck, das hat mir für eine Knarre, ey. Copy. Oben ist ein Sniper. Sniper. Wo ist der? Der muss doch oben sein, oder? Ist der hinten. Ah, warte. Egal, Schuss drauf. Ich geh zum Sniper. Ich geh zum Sniper. Okay. Wo ich was will da drücken. Was denn? Kann das sein, dass... Da hat der Silver vollen Pink gehabt? Wie vollen Pink? Hohen Pink? Äh, äh, Empfang, Reichwerke. Ja, auch. Ja, so Ni-Thing, ne? Ja, ja. Ja. Vielleicht ist da das. Oh, hier ist einer gestorben. Aha. Kann das dann Battlefeed wahrscheinlich vielleicht liegen? Battlefeed 4. Ich weiß nicht. Ich seh' nicht, ob der schon alles gezogen hat. Oh, legst du das mal runter? Ja. Keine schlechte Idee. Oh, die fangen uns alles ab hier. Beim... Ich glaube ich aber... Ne... Ach, keine Ahnung. Doch, der läuft jetzt hoch. Hoch, okay. Ja, ja. Ne, der ist da noch beim Eingang so zwischen... Zwischen und... Ja, genau. Ja, genau. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Perfekt, der hatte 10 Dollar. Ja, vor der Tasche. Ja, vor der Tasche. Ah, die kommt von der Seite. Ah, die kommt von der Seite. Ja, das ist jetzt die Ni-Verzweiflungsstart. Ja. So, schon mal schnelles Ziel. Noch eine Stufe bräuchte ich. Ah, Magnum. Oben? Hier oben auf dem Dach, oder was? Hier oben? Ne, ne, unten, unten. Bei den Geldautomaten. Äh, Lobby. Groß Lobby. Zwei Stück. Oder voll hier. Bei den Geldautomaten. Ne, da ist nix. War Richtung zu unseren Geldabgabepunkt. Genau da, wo du bist. Wir müssen da. Draußen wieder. Ne, hier ist nix gewesen. Vielleicht sind die schon tot. Ah. Ah, jetzt sind die wie in der Mitte. Ah. Ah, ne, die sind da beim Geldschalter. Äh, ja. Schalter. Ja, ja. Fuck. Muss ich da weglaufen. Oh, 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 Markus. Ne, äh, wie gesagt, der Film ist geil gemacht, aus dem einfachen Grund. Lustig. Peter Parker ist unglaublich. Ja, auf jeden Fall. Peter Parker ist in meinen Augen bis jetzt der beste Spider-Man in der Schauspieler überhaupt. Der neue. Okay. Der dazu gekommen ist. Ja, weil der hat, äh, ja, was soll ich dazu sagen, es soll ja ein neuer Spider-Man rauskommen. Und zwar, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, soll er heißen, äh, Spider-Man Homecoming. Äh, Marvel hatte früher echt Geldprobleme gehabt. Ja. Und hatte die Lizenzen an Sony von Spider-Man verkauft. Ja. Äh, und jetzt. Oh, oh, warte, 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 ich bin gerade im Job. Jetzt haben sie zurück. Ja. Ja, jetzt haben die wieder, äh, die, äh, die, äh, Erlaubnis bekommen, weil die wohl die keine ordentlichen Spider-Man-Filme gedeichselt bekommen. Mhm. Und, äh, der Beste, wirklich der Beste bis jetzt. Äh, ist gerade schwer zu konzentrieren und zu quatschen, äh, gleichzeitig. Ja, also welchen Film ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist Hardcore, Hardcore Henry. Ja, okay. Ja, ich fand den auch extrem gut. War auch ein paar echt gut gegenseitig. Wahrscheinlich ohne Erwartung, ne? Ja, okay. Ja, gut. Ein paar Erwartungen. Äh, schon so. Aber... Zehn, zehn Millionen ist der Film echt gut geworden. Teilweise siehst du dem auch an, dass das keine Mega-Profis waren oder so, dass sie das halt das Beste gemacht haben, was sie konnten, also mit den Mitteln, die sie hatten. Aber das tut dem Film, äh, nicht schaden. Okay. Ich bin mal gespannt, wenn da so ein, wenn's dann ein richtiges Making aufgibt, finde ich auch sau lustig. Weil die haben, die haben quasi so zwei GoPro, also der Film ist komplett mit, äh, äh, GoPro-Kameras geträgt. Also 4K-Go-Pros, ne? Ah, ja, 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 ja. Da haben die so ein... Diese Action-Pro-Kameras so meistens, ne? Und dann haben die so ein Gestell gebaut, wo dann die Go-Pros quasi, äh, bei dem Schauspieler dann immer im Gesicht hängen, aber so unter der Nase hängen dann diese zwei Go-Pros. Weil das dann, äh... Unter der Nase? Ja, aber das kommt anscheinend dem, was wir sehen, relativ nah. Also, am, am nächsten. Okay. Oder kommt jetzt noch die letzten Dollar, oder? Ja. Ja, Level 4 noch gewohnt. Und, äh... Aber wir kriegen gar nichts. Und... Ja. Das ist echt... Echt ganz interessant. Ja, das ist schwer, ne? Gerade zocken und, äh... Quatschen um leicht zu wissen. Ja. Aber da hatten die echt coole Stunts drin oder so. Echt auch ein paar lustige Ideen, so Gags. Die du halt... Die nicht so... Ja, ich will mir den ja auch echt gerne reinziehen, ne? Ja. So ist das jetzt nicht das... Ja. Ich hab den letzten 10 Dollar. Nein, doch nicht. Okay, ja, was? Aber... Äh... Lass der Ness nicht... Ja, Nessen läuft er bestimmt. Ne, ich glaub... Ich glaub... Ich weiß es nicht. Also ich hab aber auch, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht drauf geachtet. Also ich hab den Film jetzt in Wiesbaden gesehen. So ein richtig... Also... In so einem richtig alten Kino. Also das heißt altes Kino, das ist was Apollo. Das ist halt... Wie so ein altes Kino, ne? Wie in so amerikanischen Filmen, ne? Das hat am Eingang... In 3D? Ne, in 2D nur. Ah, ist okay. Das hat am Eingang so ein Kassenhäuschen, ja? Also... Ja. Wie bei so amerikanischen Filmen, so ein Klasskasten, wo der Typ drin sitzt. Ah, ja, 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 ja. Und außen dann... Über uns die Lichtburg. Achso, okay, genau. Und außen dann so... So noch mit so Buchstaben so die Filme dran gehauen, welche da grad laufen. Ach so oldschool. Ja, richtig. So wie bei Last Action Hero, richtig. Und wir hatten irgendwie den kleinsten Kinosaal, den die haben, ne? Äh... Wie viele Leute gingen rein? Irgendwie 35 oder so. In dem... Trassenraum? Ja, nur mit entspannten Sitzen, ne? Und... Äh... Als ich reserviert habe... Wir sind montags rein und ich habe montags reserviert, ne? Und da waren da grad mal... Also wir waren die einzigen, die reserviert hatten. Und später hab ich mal nachgekommen, da waren nur noch zwei andere. Also wir waren eigentlich... Letztendlich waren wir eben acht Leute in dem Kino. In dem Raum. Haha, geil. Eddy, mach Zeit. Hi Eddy. Machst du mit? Ah, ich war's nicht. Ah! Komm schon. Iiiiiiigit. Was ist los? Es ist ekelhaft. Wir haben grad eine Coke geholt. Ja. Und... Die wurde geschüttelt wahrscheinlich davor. Ja, ja. Absolut. Da hat sich jemand recht schön in den Arsch geschoben. Da haben alles losgeschüttelt. Hab gesagt, für den kleinen Eddy. Du musst Headset anmachen, damit die anderen das auch hören, ne? Haha, haha. Eddy macht das auch so. Dann muss ich dich filmen, oder? Das ist mir leid, denn das andere dann auch nicht. Ah! Also, ey, Eddy. Ist die auf jeden Fall... Uh, Markus, jetzt muss ich ein Befehl anführen. Ja? Captain America an den neuen. Captain America ist ja gut, Rewi. Ey, der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ich hab mich kaputt gelacht, ey. Wie die den Peter Parker, also Spider-Man, auf die Schippe mal genommen haben, ne? Weil der so jung einfach noch ist. Was ist bei Captain America? Ja. Ja, ja. Da spielt ja Ant-Man mit. Da spielt ja Black Panther mit. Da spielt... Iron Man oder auch? War doch noch mal auf. Iron Man oder... Ah, Iron Man auch. War Machine, Vision. Da ist so ein kleiner Avenger-Film, ist das schon. Cool. Nein, der fand die Knarre leeren Film. Fuck. Bitte? Wie ist der Film, der mit diesem einen Typen, seiner Freundin da, der so komplett verätzt wurde, sein ganzes Gesicht und so'n Scheiß? Wie hieß'n der? Da ist dieser komischen... Ja, der fand ich auch nicht so gut. Der war gut. Der fand ich jetzt auch nicht so gut, muss ich sagen. Der war der Wahnsinn. Der war echt gut. Du hast keinen Gefühl, Marc. Du hast keinen Gefühl. Vielleicht war der auf Deutsch einfach nur Scheiße. Weil die Witte waren einfach so gestellt. So richtig gestellt. Das war so... Ja, das ist ja... Das ist ja aber auch seine Fähigkeit. Der hat ja auch... Der kann ja irgendwie die vierte Dimension betreten. Der kann ja seine eigene Vergangenheit, also seine eigene Vorstory... Ja, der Fütter. Und sogar den... Das sind seine Fähigkeiten halt. Das ist der Hammer. Im Comic Book redet der auch immer ständig mit dem Leser. Ja. Ja. Deswegen gibt das vielleicht für Außenstehende gestellt. Nee, das meine ich ja gar nicht. Das meine ich jetzt gar nicht so. Ich meine diese Witze, die er reißt. Die sind einfach so... Billig. Die sind so gestellt einfach. Die sind gar nicht lustig irgendwie. Also lustig sind sie schon, aber nicht in dem Zusammenhang, was auf Deutsch ist. Da kommt's einfach scheiße rüber. Ja gut. Und manche... Ja. Manche geht's einfach mega scheiße rüber. Und einfach so. Ich fand das... Ich fand das... Das ist eigentlich ziemlich... Einfach ständig. Weil das so trocken war, weißt du? So, so, so... Da kam alles wie so ein Antiwiss eher rüber. Ja. Und deswegen fand ich das eigentlich ziemlich witzig. Der hat ja auch... Der hat ja auch... Ich hab's grad gegoogelt oder so. Ja. Ja, okay. Ja. Was gegoogelt? Ah fuck, was ist hier los? Eddie, komm mal. Komm mal, komm mal bei. Wir brauchen hier ein paar Leute. Als Unterstützung. Ja, die was reißen können. Da irgendwo. Ich weiß nicht. Ich mach's vielleicht zwei Runden mit und dann will ich nicht mehr. Wieso? Was ist los? Was ist los? Oh, oh, sorry. Ähm... Nichts, aber ich kann mir keinen Bock gefallen. Juni, Juni, Juni. Jetzt verlicht dich. No. Das ist Spritzo, Tostico. Das ist nicht so meins. Komm schon! mit fest sich doch sonst nicht a also durch die vierte zwischen den Schleunen großen Ansprüche haben aber so weit ist mit dem die sie doch fertig haben aber ich bitte die Zeit haben die 4 4 aber auch mal doch der ist nicht da es ist selten am Ende so haben weil er bei seiner Freundin ist oder die Freunde über ihn oder? Ach komm, wo sind denn jetzt die Scheißleute, verdammte Kacke. Werde ich hier auch noch von so einem Blödmann weggehauen. Ja ich komme auch gerade schwierig wieder rein ey. Ach das brauche ich und dann sterbe ich. Wenn der die Waffen nehmen darf, dann darf ich das auch. Ja oder wir können auch mal empfiegen jetzt bitte. Nein, nein, nein wir machen erst hier das fertig. Wir machen erst fertig. So. Ja und dann halt dann auch. Ist ja kein Problem. Jetzt. Weil ich möchte. Ja was möchte ich tun? Weil ich meine ich hätte letztes Mal den Bogen in die Map eingesammelt, wenn ich mich nicht täuschen. Ich habe gehört wohl, dass man den dann dauerhaft nicht im Inventar besitzen soll. Ohne dass du diese Quest abzuwägen musstest. Wie? Was gibt den jetzt dauerhaft? Fuck Scheiße, was los? Ja ja. Gibt ihn auch für jeden oder was? Ja ja, ganz genau. Ah, von links. Ach was, eh. Würde ich mir aber jetzt ärgern, wenn ich den damals so aufwändig geholt hätte. Hallo? Nee, gar nichts. Auf sie voran? Achtung 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 Acht Und nachher können wir ein bisschen Hardline machen. Ich will mal kontrollieren, ob wir das auch wirklich schaffen. Ach, der gibt mir einen Headshot. Vom Anus der Welt. Ja, komm her. Ja, ja, Maurice, zwei Sekunden brauche ich. Vier Sekunden brauche ich zum Spawn. Ja, ne, er hat schon eine. Alles klar. Ja, ja, ist okay. Ist vollkommen warm. Ey, umsofern ist das irgendwie nicht. Boah. Eine Kacke, der hätte sterben müssen. Was ist denn jetzt hier gerade los? Ja, ja, die sind jetzt bei unserem Geld wieder einer. Ah. Ich bin gerade verbissen. Ich glaube, das ist jetzt erstmal geklärt bei uns. Oh fuck, bist du im Truck gewesen? Nein. Ich habe das Ding. Ja, sauber. Ja, ja. Fuck, ich will bei denen angreifen. Willst du bei denen angreifen? Mhm. Ja, ja, Eddy. Ja, ja. Ja, ja. Ach komm. Mach doch nicht so eine Scheiße. Ja, das ist eine Challenge. Ich habe es nur anderen probiert bis jetzt. Ich müsste gerne mal irgendwie probieren, die echt hart ist. Mach. Mach, mach, hau ab. Mach, verschwind dich. Wir wollen nicht mehr. Wir wollen dich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie man es noch deutlicher sagen kann, Eddy. Das ist richtig. Ja, Maurice. Oh volles Schwein. Was machst du? Ich habe ein Video gemacht. Zwei Videos eigentlich. Nicht, ja. Alleine ich hier Leute, die uns angeklickt habe. Ich hoffe mal her an. Nur für dich. Von gestern. Ich hoffe. Ich hoffe. Naja virtuell. Das ist echt schade. 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 Das andere habe ich dir schon zugeschickt. Das kennst du ja schon. Ja stimmt. Ja ja. Du ja. Das ist bei der Gegner aufgrund. Krass. Das war echt lustig. Ab und zu läuft's gut. Ab und zu läuft's ja scheiße. Ich habe die, die an sich auch gedacht haben. So was the fuck. Die wollten noch mehr. Die wollten noch einen Nachflag. Was, was wolltest du sagen? Wir, 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 wir. Faktisch mal aus hier. Ich bin hier unterbrochen. Faktisch mal. Ich bin hier unterbrochen. Ich bin hier unterbrochen. Ja. Ach, schade. Okay. Das sieht ein bisschen hart gerade. Das ist hart. Wir hätten dich jetzt gut gebrauchen können, Eddy. Ja. Aber Eddy will ja Division zocken. Deswegen meine ich ja. Geh schnell zu Division zocken, dass du schnell wieder kommst. Ja. Ach komm. Boah, fuck. Boah, die Jury. Die ist ein Wahnsinn, die Jury. Die boomst einfach im Nahkampf ein, statt. Egal wo du triffst, du killst. Ey, mal gucken, wie lange wir das jetzt machen. Ich denke mal nicht lange. Wir werden es gleich wieder aufgeben, weil es echt hart ist. Einen Schuss reicht aus und du bist tot hier irgendwie. Ey, ich kotze, ey. Wo ist denn hier der Typ gewesen? Verdammt. Ja, ach, da hinten oder was? Ja, ich hab keine Ahnung. Die sind jetzt hier drin, ne? Die sind unten. Ja, ich spawne gerade auch. Wollen wir was anderes. Wir haben hier einen scheiß Spawn-Tock noch vor dem Haus hier stehen. Wenn die das nicht checken. Wenn die das nicht checken. Ey. Volle Taschel. Oh, oh, oh. Volle Taschel. Nein, rechts von mir Gegner. Nein. Egal, egal, egal. Warum immer ich? Weil du Kake bist. Wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ja. Hätten wir doch cool, wenn wir das so eine Scheiße mit. 80 Tremades schwirren da herum. Ne, aber ich hätte mir das erst gelöst. Siehst du einfach ein? Du bist Kake. Ich kotze. Dabei lauf ich gar nicht mal auffällig. Doch, doch. Du hast doch dein Nihon-Kostüm wieder an. Nein, 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 schwarz-weiß. Schmolp, polp. Na ja. Du bist einfach nur aus Kacke. Ich. Du wär das eben nicht nur schwarz-weiß, ja? Junge, 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 Junge. Ich, der drei Followers hat, ey. Ei, ei, ei. Ja. Gott, die Armen. Tut mir jetzt schon leid. Ja. Ja. Mir nicht. Das sind meine Fans. Oh Gottchen. Die Armen. Ja. Dann hören die auch uns noch Modis die ganze Zeit. Das ist echt dauerig. Ja. Deswegen sind das wieder meine Fans. Weil die nur aufhören wollen. Markus, wenn du, 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 wenn du mich noch abziehst dann sind sie zwei. Hahaha. Haha. Haha. Und du mich noch absiehst dann hast du gar keinen. Haha. Haha. Geh die Karte und geh das Geld! bei uns oder wie? Gehst gar nicht in einer anderen Party. Der Hund hört uns so gar nicht mehr. Ja egal. Nee, Eddie ist... ein... Leute. Muss ich mal links und rechts gucken, wenn ich einen scheiß Brandgranate oder so werfe. Spawnwagen? Ja, wo genau? Markiert. Markiert habe ich. Bei uns. Ich habe auch schon gekippt. Zerstört. Ha! Sehr gut. Ist doch irgendwo ein Sniper? Oh ja. Ah, da kommt noch mehr. Oh ja, der hat keinen Kost. So, jetzt muss ich mir irgendeine Kiste nehmen, wenn ich hier wegkomme. Da war aber noch irgendwo eine, wenn ich mich nicht enttäuschte. Hä? Boah, ich brauche es nicht mehr. Na, was? Wie geht der? Hä? 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 Ich habe seinen Rutscheum aufgebaut. Okay. Ich brauche noch einen, dann habe ich hier einen Coin. Dann habe ich entweder den Aufzeigen aufsverfällig, ey. Oha. So war er jetzt auch gerade wieder eine stressige Runde oder ist? st ja 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 immer noch kein Korn kommen aber es ist neu sein für den Black Market Auftrag so hast du den noch nicht gemacht oh ok du musst doch nur das Abzeichnen haben oder? ja ne dadurch schaltest du noch andere Aufträge frei ok ja wenn du mir sagst wo du deine Rutsche aufgebaut hast dann rutsche ich da auch mal für dich runter ja oben bei dir oben wo du warst beim Geld einzelnen oben warte ich komm mal zu dir wo bist du denn da Sniper ich muss ich Feuerhaussee der mich schon drittes Mal heute ich mache jetzt Feuer ich mache jetzt Feuer Feuerunterminter und das dauert der überhaupt lange hier mit dem Geld aufgeben und das ist so mitgeplündert also wenn du deine Nähe bis Markus oder eine Seilrutsche aufgebaut hast wie wir da stehen ja mache ich jetzt das wäre genial ich habe jetzt auch 10 Dollar jederzeit allzeit bereit komm schieß fuck was ist hier oben los fuck warum bleibt ihr denn da hängen fuck da hat er mit uns alle ewig und er hat noch was ganz weh ich wollte gerade aber der eine Idiot ist einfach nicht hat er sich nicht bewegt merke auf einmal nur Schüsse komm stirb oh man Löffel die Infernung ich habe die volle Tasche wo ist der der liegt hier unten oh selbstmord ich bin ich bin mit der Seilrutsche habe ich auch bin ich ausgestiegen und von der Karte gegen die Wand geflogen vollgegen klack klack oh wir müssen den Wachers von der Wand abkratzen so jetzt bin ich hier oben wie 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 im Cartoon ja ja es ist nicht die es ist nicht der Aufschlag der einen tötet sondern das man so schnell ausgebremst wird das wird ein der 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 kommen noch mal Feuer machen hier hier ist überhaupt nichts los wir sind ja die ganzen Gegner gar keine Schock so ach da hat der Mann zur Schock mich Seilrutsche steht und deine Seilrutsche steht noch ich rufe ne weh weh ich bin tot ja oh fuck oh fuck oh fuck was wer findest du wieder ich muss gut andere Party gegen Division alles klar weil Party hat ist scheiße bis gleich alles klar bis gleich aha da renne ich hoch ey achso ey die hatte auch geschrieben gehabt aaa ich weiß nicht hat er geschrieben als ich ihn gefragt habe ja ja hat er geschrieben aaa ich weiß nicht weiter 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 oh ich habe ihn der boah ich bin ein der uns eben alle getötet jo hier unten beim Geld unter dem Geld ist einer drinnen hallo Eddie tschüss bis gleich verschwindest du wieder ich muss kurz andere Party gegen Division alles klar weil Party hat ist scheiße bis gleich alles klar bis gleich aha da renne ich hoch ey achso Eddie hat auch geschrieben gehabt aaa ich weiß nicht hat er geschrieben als ich ihn gefragt habe ja ja hat er geschrieben aaa ich weiß nicht ja hat er geschrieben aaa ich weiß nicht das war doch noch ganz viel Geld volle Tasche oh man nicht mitnehmen und wir fahren jetzt aaa aaa fuck ich wollte gerade mit dem Stromwagen mit Brecken ey yeah ja ich mache ich vereinfühle nicht gegen welche was das wie cool ist ja manchmal mache ich das auch ganz gerne haha ok ich muss aber trotzdem hier raus schade 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 um das schöne Lied aber das Auto steht noch da ja ja vielleicht kommt da was anderes an rein ja vielleicht kommt da was anderes an rein mein Gott ey ob der Heli kaputt ist der ist schon kaputt okay ich glaube über unserem Geld auf dem Dach muss einer sein jetzt haben die Seilrutsche aufgeklatscht war das einer von uns oh hinter dir oh fuck ne ich bin es nicht NICE ich spaw ich bin ganze Zeit spaw nicht sterb ich spaw nicht sterb fuck aber der hat das echt gut gemacht ey warum ist die Kiste jetzt im Arsch na ich glaube das war der der auf dem Dach war und das ist er da ist noch einer auf dem Dach bei uns ah rund hinter mir auf wo kommt der denn auf einmal her achso ahhhh äh schönen Gruß von äh Christian was schönen Gruß ja schönen Gruß von oh ja schönen Gruß rück da warte ich mach mich mal kurz auf stumm weil ich wollte gerade einmal in den Windvorschlag gehen was da ok ok ughh ughh 20 2023 ey boah bist du schlecht Markus bitte naja neee ich bin miserabel gespawnt ja ja die ganze Zeit immer hinter mir und hast mir Rückendeckung gegeben ich weiß mhm was haben wir hier ich bin ja nicht hinter dir umgedenkt oh unser Team unser Team ach ich hab den Dingster Coin nicht bekommen ZipLine Coin weg 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 es könnte sein dass wir jetzt am Anfang mal ganz kurz im Moment zurückliegen bis wir auch wieder Leute bekommen antenna oh man ja ist gar kein Problem da ich ... Gott sei Gott sei jetzt nicht einfach Gott sei jetzt nicht einfach eh ah hm hm Ich weiß nicht, was ich mitnehmen soll. Ja komm, die Waffe will ich eh freischalten. Äh, Satellitentelefon, ja hier nicht. Zu viele Autos. Fangen wir uns das mal an. Okay, beim Geld sind schon welche. Okay. Einer. Was war hier? Joa, schieß einfach weiter ne? Boah! Saiga mit Durchdringungskondition. Na ja, probiert mal was neues aus, würde ich sagen, ne? Warum eigentlich nicht? Hier oben ist was. Und jetzt von der anderen Seite. Wo ist hin? Oh, wir sind alle tot, okay, das ist nicht gut, da haben wir das verloren. Das ist die einzige Möglichkeit. Und die ganze Zeit von hier? Wie ist es? Ja. 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 Ich habe armut für euch. Ja, ja. Ja. Ja, ja. 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 So, Markus ist wieder am Start. Hat gar nicht lang gedauert. Nee, nee. Markus ist total aus Atem. Die sind bei uns am Geld. Ich habe mir noch gleichzeitig schnell einen Kaffee gemacht. Keine Pflichtidee. Vielleicht machen wir auch noch mal einen. Ja, weil ich habe, bevor wir angefangen haben, sogar mich eine Stunde hingelegt. Vielleicht deswegen komme ich noch nicht in den Rhythmus rein. Fuck, die waren zu viert am Geld. Zu viert. Ja, ich sehe es. Das ist auf der Karte. Ja, die sind da immer noch. Einer ist am Ende noch. Ja. Zwei. Nein! Ey, hat er mich genutzt. Hat er mich genutzt, ey. Haben wir uns an der Säule gegenseitig getanzt. Ja, scheiße, wahr? Ja, das ist einer, das ist auf jeden Fall mit voller Tasche für weg. Wo ist der lang? Oben, oben? Keine Ahnung, kann ich ja nicht sagen. Der hat mich ausgetrickst, wie gesagt. Ich kann es dir echt nicht sagen. Ey, der ist unten. Einer ist bei dem halt gespawnt. Aber für Cloud-Karte ist immer noch einer da. Ja, ja, muss auch noch einer da sein. Das sind so große Laufwege. Er ist umzingelt, ey. Keine Chance. Wir sind wieder da. Er ist wieder um Geld dran. Scheiße. Fahr da hin, bitte. Bist du in unserem Truck? Nee, leider bin ich nicht drin, aber er fährt da hin. Ja. Ach, nee. Ach, komm, du stopfst doch nicht. Scheiße. Ach. Komm hier nicht durch. Da bist du so scheiße gepackt. Ich verstehe. Ach, jetzt fährt da hin. Ja, ich habe gemerkt. Ich habe gemerkt. Hier sind aber noch welche, glaube ich. Irgendwo oben. Oben. Höher. Eine Höher. Eine Höher, ja. Ich weiß nicht, warum. Aber irgendwie. Ah, ich wurde von hinten erschossen. Ich warte. Oder ich versuche hier ein bisschen. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Aber Spawnmobil ist trotzdem in der Nähe. Falls. Warum? Legt das so, ey. Ich mache mal irgendein WLAN auf mein Handy aus, ey. Ja. Das legt es mir ein bisschen. Boah, ja, ich glaube, ich weiß, wo. Schau mir das mal an. Ah, zu schwache Waffe. Zu schwache Waffe. Ich sehe was. Bleibt mir nichts anderes übrig. Außer Schwein zu spielen. Okay, jetzt sind die in der Mitte, wo ich geh. Boah, ich brauche Leute hier. Ich bin leider bei denen tot. Äh, wie viel Geld, wie viel Geld ich denn habe. Bleibt mir nichts anderes übrig. Außer Schwein zu spielen. Okay, jetzt sind die in der Mitte, wo ich geh. Boah, ich brauche Leute hier. Ich bin leider bei denen tot. Boah, wie viel Geld, wie viel Geld die ich denn habe. Hart. Hammer, Hammerle, ne? Ja. Viel zu viel. Die sind oben drauf. In der Mitte. Das eine auf jeden Fall. Mann, 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 Mann. Wo sind unsere Leute? Keine Ahnung. Die sind jetzt oben auf jeden Fall. Ach, scheiße. Runtergefallen. Runtergeploppt. Ich bin echt nirgends raus, ne? Boah, immer diese Arschlaufwege. Syndicate kann herausholen. Reich mir jetzt. Scheiße, nicht schon wieder. Ey, ich weiß wo die sind. Die fangen uns ab. Spawn bei mir, ich bin in der Mitte. Achtung, die fangen uns ab. Oh ja. Ich bin in der Mitte, Spawn bei mir. Ich bin grad. Ist bei mir Ruhe. Damn. Aus die Maus. Dann laufe ich hinterher. Hinter dir, Markus. Syndicate. Ach nee, in der Truck. Boah. Ich bin zerstört. Boah, fuck. Ich habe mich mit in die Luft gejagt. Ich war zu nah, aber ich war... Ja, ich wollte es einfach regeln. Okay, die sind wieder bei uns am Geld. Was ist da hinten, Markus? Ja, von oben. Von oben ist er gekommen. Hier ist der Spawn Truck von denen. Ich höre den. Dann fährt er irgendwo lang. Ja, ich habe ihn markiert. Der gehört im Kreis. Boah, da sind drei Leute am Geld. Ja, ja, ich meine... Guck mal, mich ist noch ein Spawnwagen. Ja, sauber. Bist weg. Okay. Scheiße, ich bin ein Syndicate-Gun und wird hier aufgerollt. Ich habe drei Leute hier mit dem Geld weggeholt. Ah, einen habe ich geholt noch. Ach so. Spawnwagen ist down. Schön. Ah, so an mich komme ich rein. Weißt du, so der Kaffee tut echt gut. Oder liegt auch wahrscheinlich an der Syndicate-Waffe. Und das Heroin. Und die Steroide. Ja, und Dreck. Und Speed. Oh, Mann. Komm schon. Los, los, los. Komm hier durch. Hier lang. Ja, ich gehe jetzt erstmal oben entlang. Das ist einer. Okay. Boah, in der Mitte. Ja, ich habe da jetzt Feuer hingerufen. Habe ich abgefangen. Boah, da liegt Geld. Wird aber auch wieder eingesammelt. Nee, wird nicht eingesammelt. Boah, ich habe volle Tasche. Aber merke ich es jetzt. Fuck. Jetzt hat er mich hier abgefunden. Hier wird gerade rumgeballert. Hier wird gerade rumgeballert. Wo sind unsere Leute? Wo sind unsere Leute? Scheiße, Mann. Boah. In der Mitte beim Geld. Ganz viel. Da liegt so viel Geld auf dem Boden. Nein. Nein. Ey, die sind so viele zwischen. Unsere ganzen Laufwege sind voll mit Gegnern, Maurice. Das glaubst du gar nicht. Ja. Oh, die sind wieder bei unserem Geld. Ach, komm. Ja, sag ich ja. Der ganze Laufweg. Dass die das nicht hinkriegen, ne? Manche nicht. Oh, die sind mit ihrem Schild auf dem Rücken, gell? Ganz ehrlich. Fuck. Ja, ne? Die ganze Zeit. Aber war früher nicht so extrem wie jetzt, ne? Nee, ist auch jetzt irgendwie. Ich glaube, irgendein Update war das dann irgendwann. Aber Maurice, ey. Ich glaube wirklich, dass ich schnell komme. Ich hab echt zu vollen Mod gebraucht. Alles klar. Alles klar. Das klingt sehr gut. Boah, die müssen alle sind toll. Ja. Ich mach jetzt auch ein bisschen Rage. Weil das, 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 das kann einfach nur noch legendär werden. So, jetzt mach ich die Scheiße auch nicht. Ach, von hinten. Nervt mich jetzt auch, ey. Nervt mich langsam echt. Das Schild ist doch echt schon praktisch hier, ey. Ja, auf jeden Fall. Wenn du die nicht die ganze Zeit, ich muss die ganze Zeit warten, bis ich umdrehe oder auf die Füße ballern und so. Ja. Das ist echt stressig. Ganz genau. Und vor allem mit diesem Auto-Aim, das hier noch mit wirkt, ne? Wenn du dann direkt vor dem bist, dann zieht der direkt auf die Füße oder so. Genau, das ist ja auch mal, auch ein Trick, ne? Äh, falls ich Zuschauer haben sollte. Ich hab nämlich keine Ahnung. Ähm. Wenn ihr auch Messert, nie gedückt sein. Weil wenn der Gegner zählt, der zieht dann automatisch auf den Körper. Seid ihr gedückt, zieht der automatisch auf euren Kopf. Markus, hast du Geld? Ah. Äh, zwei Dollar. So viel ist es nicht. Unser Tresor wird geblündert. Oh, die Frage ist. Oh, in der Mitte. Boah, in der Mitte, ey. Füße umzingelt vom Übelsten. Oh, ich hatte doch auch immer mehr Geld. Ich hatte gerade nur zwei gehabt. Komm schon, die Kisten ist fest. Ah, endlich. Wir endlich denken unsere Spieler mal mit. Warum? Ja, jetzt sind die auch etwas verteilt dazwischen. Wir haben unseren Weg. Und nicht nur einen Haufen. Fuck, was machst du denn? Du scheiß Trottel. Du scheiß Trottel. Oh, Mann. Okay, jetzt hat er es geregelt. Ah. Es war aber ganz knapp. Der Koffein wirkt noch nicht. Ein Kaffee. Du bist doch noch nicht auf die Tornote. Ich bin durchgucket. Stuhl, ja? Ich weiß nicht, was die Zuschauer wir hier haben. Stuhlen. Oh, das wird eine knappe Kiste, du, ne? Ja. Stimmt. Ne, ich heb hier nichts auf, ganz ehrlich. Ist mir zu... Hä, werde ich eh doch nun umgeballert. Ähm, okay. Egal. Ja, schon. Boah, ist der mich jetzt erschrocken. Nein, werde ich gemestert. Ey, komm, 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 ey. Oh, vor meine Nase ist ein Kollege und der kann mich, rettet mich einfach nicht. Nein, fuck. Und der wird auch noch abgeschossen. Und der wird dann auch noch abgeschossen. Doch, einer mit Falschirmen. Komm schon. Hab ich. Okay, wir brauchen nicht mehr viel, Markus. Wir sind noch fünf Minuten. Wir brauchen nicht mehr viel. Ach, da kriegt der nicht. Geißer, wo war der denn? Ach, der hing hier. Hier hat auch einer. Was macht der Typ hier hinten mit dem Auto? Ja, ja, das frage ich mich auch, Maurice. Ist er behindert? Anscheinend. Komm, jetzt haben die Gegner... Wir müssen die jetzt abfangen, in der Mitte. Ja, ich wollte gerade sagen. Auch von hinten erstmal abschießen, genau. Das ist jetzt deren Basis. Ja, ja, du gehst Richtung deren Basis. Ich versuche, die hier schon abzufangen. Ich habe das Geld gefunden. Ah, in der Mitte so viele. Ja, ich kriege das jetzt gerade nicht hin, ey. Der ist immer noch da, ne? Ja, ja. Wie versteinert. Spawn ich lieber beim Spawnmobil. Ja. Spawn angegriffen worden. Jetzt ist unser Tresor angegriffen. Ich treffe nichts. Was ist denn los? Boah. Ich habe noch ein bisschen Schlaf in den Augen. Ja. Mhm. Wahrscheinlich. Moogis bleibt bloß im Leben. Die haben jetzt 10 Dollar bei uns geklaut. Fuck, ey. Wir klauen noch mehr. Ich habe was markiert. Ich habe was markiert. Oh ja, da sind ganz viele bei uns. Klau, klau du ruhig, klau du ruhig, Alter. Ich gebe es so lange rückendeckend, wie es geht. Ja, komm. Was macht denn unser Team? Wir sind alle tot. Unser Team ist tot. Und da ist keiner bei unserem Geld, der uns erst geschützt, ne? 3 Minuten, wir haben so verloren, Markus. Hammer. Boah, fuck, hier liegt das ganze Geld von mir. Ja. Jetzt scheiße, was macht ihr denn? Da, da die Geld, da die Geld einzeln. Volle Tasche. Hier liegt überall Geld. Ja. Oh ja, ich bin bei dir, ich hoffe, wir brauchen ein Fahrzeug. Ja, wir brauchen nicht nur ein Fahrzeug, wir müssen hier weg. Ah, man, jetzt haben die unser ganzes Geld geklaut. Fuck. Und hier ist kein, keine Leute von uns. Dann, 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 dann. Ah, der mit der Pappen hat mich schon zum vierten Mal. Ey, so eine dreckige Kacke. Da liegt so viel Geld bei dir. Ah, ja, das ist alles. Und der fährt so besoffen, das ist der Wahnsinn. Er fährt auch seit dem hinten ein. Ja. Ja, wir haben gerade ein bisschen Probleme gehabt. Markus. Oh, 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 jetzt haben die es geschafft. Da liegt so viel Geld, Markus. Da liegt immer noch, immer noch, ja. Nein. Ey, scheiße, ja, Tatsache, wo kommt der denn jetzt her? Fuck. Nee, kriegen wir nicht mehr hin. Das haben die verkackt. Nee, nee, nee. Und das, nur weil der Eddie nicht mitzuckt, ne? Ja, auch. Ja, auch. Nee, aber wir haben echt, das dachte ich ja auch schon vorhin, also, die Gegner sind nicht stark, aber, äh, unsere Kollegen sind einfach zu dumm. Ja, auf jeden Fall, die waren jetzt echt, die haben, ich weiß nicht, wie die das verkackt haben, jetzt ehrlich. Die haben, die haben, die haben uns so über die, eine Nase hochgefühlen lassen, ne? Laufen lassen. Warum wackelt hier denn jeder, der ganze Scheiße, verdammt? Oh, Mann. Ja, jetzt kommen wir schnell zu dem Geld zu bringen. Oh, Mann. Ich leck mich an. Weiß was, ich ändere kurz einmal an die Fähigkeit. Mulition füge ich raus. Und dafür tue ich Toolkit rein. Ha, äh. Ist jetzt zwar zu spät, aber... Oh, Mann, ey. Ihr seht's. Na, halbe Minute, das brauchst du gar nicht sparen. Und auch der Squad, dass sie eben alle raus sind, das ist doch dämlich, ganz ehrlich. Na, nicht nur das, unser Teammate, was hat er die ganze Zeit rumgelungen hat. Ach, komm. Scheiße, den hab ich gar nicht gesehen, hab ich auch gar nicht mehr mitgerechnet, ey. Oh, Mann. Na, egal. Wollen wir uns das noch weiter antun, oder? Ne, bitte nicht. Das ist jetzt meine zweite Negativ-Stats-Runde. Okay. Ne, 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 ne. Okay, okay. Du kannst dich ja gar nicht auf deine Teammates verlassen, ne? Das ist ja Hammer. Ging jetzt grad gar nicht gut. Hast du Bauchschmerzen? Auf jeden Fall. Oder wen fragst du? Ja, ja. Mich? Ich. Ja. Warum? Weil du gesagt hast, die geht's gar nicht gut. Nein, das, was die jetzt gemacht haben, das war gar nicht gut. Ne, ne. Ach, krass. Ich muss mal ein bisschen Battle-Packs aufmachen. Interessiert auch bestimmt jeden. Oh, Battle-Pack öffnen, was ist drin? Schund. Ah, das ist EA Shanghai, Maurice. Noch mehr? Den hab ich jetzt bekommen. Okay. In Abzeichen, weißt du? EA Shanghai. Und ich hab jetzt EA Kanada. Jetzt fehlt mir noch Origin. Ja. Als Abzeichen. Wie ich den nur so bekommen kann, ne. Und, äh. Von den Sternzeichen hab ich hier vier. Für mir auch acht noch. Oh, läuft. Ja, manche kriegst du gar nicht mehr. Das sind irgendwelche Community-Events. Pound.com. Keine Ahnung, wie man den bekommen soll. Mhm. Müß ich mal nachgooglen. Richtig einladen? Willst du noch weiter? Gerne. Oder wollen wir gleich mal Battle-Field 4 nochmal reinschauen? Ah, ja. Stimmt. Stimmt. Komm. Battle-Field 4. Ja? Ja, warum nicht? Ja. Dann, äh, warte kurz. Dann, äh, mach ich das. Eben, ich muss noch den CD einlegen. Ja, hab ich auch schon. Komische, chinesische Map da. Weil die hab ich, glaub ich, noch gar nicht.